Mir ist so gut gefallen, wenn ich sowas sehe. Er schneidet jetzt hier mit einem Schneidbrenner aus einem Metallstück einfach ein Bootsteil raus. Und er hat sich jetzt schon mal die Form hier vorher angezeichnet. Ihr seht, mit Kreide das angerissen. Aber anstatt einen Zirkel zu verwenden für diesen Kreis oder so, steht er da. Und setzt dann einfach den kleinen Finger in die Mitte dieses Radius, das hat hier den Schneidbrenner in der Hand und zirkelt dann wirklich so mit der Hand hier einfach um diesen Kreis herum und stellt so den Runden, den Radius her, den er für dieses Teil braucht. Also das finde ich auch vom Handwerklichen noch sehr, sehr faszinierend, dass man da mal so in Werkprozesse reinschaut, die man in der Form bei uns, denke ich, gar nicht mehr so sehen würde.